Blackrock, ihr nächster Plan wird die Welt schockieren. Wird es bald nur noch einen einzigen Weg geben, um die rechtliche Identität nachzuweisen, und das geht nur, wenn du an diesem neuen System, das implementiert werden soll, teilnimmst. They've already made the solution, they've already developed what they want to be, the new financial governance system after this new Bretton Woods moment. They just need some sort of big event on the scale of World War II or... Ziel ist es laut Web, alles Lebendige in ein handelbares Finanzprodukt zu verwandeln. Die Natur wird dabei finanzialisiert, und angeblich wird das gemacht, um den Planeten zu retten. Um den Planeten zu retten. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lern und Love Vlog Highlights, und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt BlackRock, ihr nächster... Ihr nächster Plan wird die Welt schockieren. Bro, du hast Schreibfehler im Titel drin. Soll ich ihm das mal in die Kommentare schreiben? Nochmal. BlackRock, ihr nächster Plan wird die Welt schockieren. In Klammern Larry Fink. Wir gehen in die BlackRock-Recherche rein. Ich küsse eure Zielbedrüsen. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet, aber könnte unter Umständen möglich sein, dass wir den Aluhut auch wieder brauchen. Hierfür, ich liebe euch, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentarchen, abonniert den Kanal und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Das ist jetzt wichtig. Vor kurzem gab es ein Interview mit der amerikanischen Autorin Whitney Webb zu BlackRock und deren Plan, der die Welt schockieren wird. Hör dir das genau an. Das ist kritisch. Laut Whitney Webb wird es bald nur noch einen einzigen Weg geben, um die rechtliche Identität nachzuweisen. Das geht nur, wenn du an diesem neuen System, das implementiert werden soll, teilnimmst. Beziehungsweise. Es gibt nur noch einen Weg, deine rechtliche Identität nachzuweisen und du musst dann an so einem System teilnehmen. Also das kann ich mir definitiv vorstellen. Hundertprozentig. Teilnehmen kannst. Und wer nicht an diesem System teilnimmt, existiert für den Staat und die Privatwirtschaft nicht. Denn. Krass, Digger. Ja, okay, geil. Ich will nicht teilnehmen. Indem man dieses System ablehnt, wird man automatisch vom Wirtschaftssystem und im... Aber das heißt dann automatisch direkt kein Bankkonto, keine Möglichkeit, dich zu verifizieren. Dann bist du halt raus, raus, raus aus dem System. Also ich hoffe, bis dahin habe ich meine Insel aufgebaut mit bestehend aus miesen Schwurblern, die nach der Wahrheit suchen und ganz viel Liebe in ihrem Herzen haben. Und dann machen wir unser eigenes Ding, Freunde. Meldet euch an, Digger. Link in der Beschreibung. Nein, noch nicht, aber bald. Von allem ausgeschlossen. Und jetzt kommt es. Es wird eine Art Problem, Reaktion, Lösungssituation sein, bei der die Lösung bereits entwickelt wurde. If you don't participate in that system, as far as the state or the private sector is concerned, you don't exist. So by not participating in that system, you're inherently excluded from the economic system and really essentially everything. It's gonna be a problem, reaction, solution type of situation where they've already made the solution, they've already developed what they want to be, the new financial governance system after this new Bretton Woods moment. They just need some sort of big event on the scale of World War II or some large event that's equally disruptive in order to be like, all right, now it's time for a new financial governance system. Web sagt es, sie haben schon das neue Finanzverwaltungssystem geplant, das nach einem neuen Bretton Woods Moment eingeführt werden soll. So, Weltkrieg oder irgendwas anderes Heftiges, eventuell auch einfach Bluebeam, Digga, Alienangriff oder was auch immer. Dann werden die CBDCs eingeführt und dann der andere Mist auch. brauchen sie nur noch ein großes Ereignis, ähnlich wie der Zweite Weltkrieg, um zu sagen, jetzt ist es Zeit für ein neues Finanzverwaltungssystem. Doch das ist noch nicht alles. Vor etwa einem Jahr sagte der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem Global... Macron, na man? ...eines Summit in Paris, dass die Welt einen öffentlichen Finanzschock brauche. Zur gleichen Zeit machte auch der Gründer und Vorsitzende des Forums aus Davos eine ähnliche Aussage über die Umgestaltung der globalen Wirtschaft. In seinen Worten, jedes Land von den USA bis China muss teilnehmen und jede Branche von Öl und Gas bis Technologie muss transformiert werden. Wir brauchen einen großen Neustart des Kapitalismus, fügte Schwab in einem anderen Artikel hinzu, der auf der Webseite der Nichtregierungsorganisation veröffentlicht wurde. Und laut der investigativen Journalistin Whitney Webb erleben wir die Geburt eines neuen internationalen Währungssystems, das das aktuelle Bretton Woods System ersetzt und auf der Blockchain basiert. Die CBDC ist der Gassafe. soll die Überwachung und Zensur jedes Aspekts unseres Lebens ermöglichen. Und Webb warnt, basierend auf den Aussagen verschiedener Interessengruppen, dass digitale IDs, digitale Zentralbankwährungen, also CBDCs und ESG-Kriterien, die drei Säulen der neuen Ordnung sind. In einer Diskussion mit Mark Goodwin, Chefredakteur des Bitcoin Magazins, betonte Webb, dass alle Weltregierungen diese Agenda vorantreiben. Diese wird von den superreichen und mächtigen einschließlich Silicon Valley Führungskräften wie Larry Fink von BlackRock unterstützt, der alle Vermögenswerte und Rohstoffe tokenisieren will. Und vor kurzem hat Larry Fink öffentlich seinen Standpunkt zu Bitcoin und Krypto komplett offengelegt beziehungsweise diesen geändert und er ist jetzt absolut für Bitcoin und Kryptowährungen. Wisst ihr, wer noch seinen Kurs geändert hat gerade? Kurz vor dem Attentat, der Donald, der Jutzte. Auf einmal, diese ganzen Milliardärseliten sind auf einmal pro Bitcoin, Digga. Ist das nicht suspicious? Findet ihr nicht, dass es ein bisschen suspicious ist? Zuvor war er ein vehementer Gegner von Bitcoin und von Krypto. Lass uns da mal kurz reinhören und dann machen wir weiter mit dem Interview von Webb und was auf uns zukommen könnte. Bruder, was hat der für ein, der hat eine krasse Tonlage in seiner Stimme. These are incredible things. Now, BlackRock is not known as a gunslayer by any means, so you obviously must believe that this may be as an alternative. Is this an alternative in order to be able because of the deficit? Maybe something long term? Jeez. Was it that? Absolutely. As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, you know, my opinion five years ago was wrong. Here's my opinion saying this is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses like everything else, but it is a legitimate financial instrument that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened though. It is an instrument when you believe that Bitcoin is the Rettung against CBDC. Informier dich mal. Ich bin schon relativ informiert auf jeden Fall bei dem Thema, aber ich bin trotzdem skeptisch. Weißt du, vor allen Dingen wenn solche Leute wie der Blackrock Chief Larry Fink auf einmal auch anfangen Bitcoin zu pushen und Donald Trump auch. Also da ist schon irgendwas im Bush meiner Meinung nach und ich bin halt auch der Meinung dass wenn diese Leute so ein Larry Fink der kontrolliert also weißt du wie viel diese ganzen Vermögensverwalter wie viel Geld von wie vielen Unternehmen die kontrollieren die werden die drittgrößte Volkswirtschaft nach Amerika und USA nach USA und China so das heißt die haben einen extremen Einfluss auf die Welt und wie die Welt in welche Richtung die Welt geht und ich sage dir wenn solche Menschen die so viele Milliarden Billionen von Euros kontrollieren auch so ein Bitcoin hijacken wollen dann können die das Bro ich bin überzeugt davon dass die das können wenn die wollen ich glaube nichts ist sicher in der heutigen Welt weißt du deswegen ja Bitcoin Bitcoin ist irgendwo eine Alternative aktuell noch aber ich kann mir vorstellen dass auch das in Zukunft keine richtige Alternative mehr sein wird das kann ich mir nur vorstellen ob das so sein wird weiß ich nicht aber es ist auf jeden Fall suspekt wenn diese Leute auf einmal anfangen Bitcoin zu pushen so findest du nicht in portfolios ich glaube dass du das als einer der Asset Klasse die wir alle sehen ich sehe als digital Gold und ich glaube dass es eine real need für jeder zu sehen als eine Alternative zu dem Optimismus den ich habe in der Welt wenn du willst hoch Junge 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 wieder Dispresentiert Bitcoin ist nicht ein Instrument für hope unless du wirst du wirst wirst viel Geld auf es ich als ein vehikel in die du expressing your financial acumen in something you're more frightened of your existence and I believe there's a great industrial use for it and I think a lot of people are missing that I couldn't agree more I changed my mind about what you did you I I can't believe I want to thank Larry Fink for the message of optimism thanks and also for a great quarter Larry Fink is the co-founder chairman and CEO of blackrock I think the most important investment company in their goal the rest of us to dominion token the stock the stock with goodwin two important teile of the plan the new ordnung digitale ids and the token the natural world they warned davor that people like Schwab Fink and Macron kurz davor stehen their big plans to verwirklichen and the katast Macron that for us all Bitcoin wird auch safe dieses Jahr auf 100k gehen ja safe 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 also Larry Fink wenn die ganzen Jungs davon anfangen zu reden auch Donald Trump und so ist jetzt schon in die Höhe geschossen ich habe gestern Nacht geträumt dass ich man kann mit Krypto auf jeden Fall Geld machen ich kenne einige die viel Geld gemacht haben damit so web erklärt also dass die digitale ID ein entscheidender Faktor für die Überwachung ist safe man deine digitale ID das wird dann noch gekoppelt mit einem Social Score System und dann sind wir da halt falsche politische Meinung Scoresystem geht runter und man kann halt alles parallel überwachen dann ist dann viel einfacher weil alles in einem System dann quasi läuft so dann kommt so ein Typ wie ich um die Ecke und sagt hey hier guck mal Pandemie und so lasst soll ich nicht einsperren geht raus die ist das blablabla Boom Social Score geht in den Keller Bankkonten werden gesperrt oder das eine Bankkonto was wir da nur noch haben direkt bei der Zentralbank wir fangen ja schon an auch langsam solche Geschichten einzuführen wie diese Flüchtlingskarte wo Ernst Wolf von erzählt hat dass das Geld von den Flüchtlingen zum Beispiel jetzt mittlerweile auch an Standort gebunden ist und an gewisse Ablaufdaten gebunden ist und so so fängt das langsam an weißt du und die verkaufen uns das so und die führen das so ein dass wir denken ja geil das ist ja gut das ist ja positiv so es ermöglicht es jede Transaktion zu verfolgen und das Verhalten der Menschen auf Mikromanagement basierter Weise zu steuern und die digitale ID ist nicht nur auf das Finanzsystem beschränkt sondern umfasst auch Reisen Gesundheitsdaten berufliche und schulische Werdegänge den Zugang zu Telekommunikation sozialen Medien und dem Internet gibt denen eher darum dass unser Geld nicht ins Ausland überwiesen wird ja 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 ich meine ja so ist ja klar dass wenn die sowas einführen wie diese Flüchtlingskarte dann werden die meisten Deutschen gerade aktuell weil eh gerade Politik gegen Flüchtlinge und Migranten gemacht wird merkt man ja wer das nicht merkt der weiß ich auch nicht so und da sind auch Probleme ich will die Probleme nicht kleinreden aber wenn sowas dann eingeführt wird dann sehen die Leute die kritischen Seiten davon nicht und die über die denken nicht einen Schritt weiter und überlegen ey das könnten die mit uns auch irgendwann machen so dass unser Geld an Ablaufdatum gebunden ist bla 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 die führen solche Sachen ein erst mal so dass wir alle sagen ja ist ja gut so ist unser Geld und die Ausländer die dürfen das ja nicht nach Hause überweisen und so dass wir gar nicht anfangen kritisch darüber nachzudenken weißt wie ich meine das meinte ich damit und mit der neuen KI Ära die wir jetzt gerade erleben können all diese Daten analysiert und zur Kontrolle der Menschen in beispielloser Art und Weise genutzt werden und eine Sache noch bevor wir weitermachen würde da die Nutzung von Kryptowährungen die Dinge laufen Schritt für Schritt die laufen nicht von heute auf morgen die laufen langsam Schritt für Schritt es gibt immer mehr Mechanismen die kommen werden so Corona war auch eins von diesen Mechanismen was wir da in der Zeit schon umgesetzt haben und wie viele Leute das umgesetzt haben ohne zu hinterfragen mit diesem Barcode scannen überall und du darfst nicht räumen wenn du nicht geimpft bist und so das soll uns langsam an die Zukunft gewöhnen beziehungsweise der Blockchain Technologie durch die Massen diesen Prozess nicht beschleunigen beziehungsweise könnte das nicht das Ziel von Larry Fink und BlackRock und den anderen sein schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare wird im Web betont dass die digitale ID und die digitalen Zentralbankwährungen CBDCs sowie ihre privaten Entsprechungen immer als ein zusammenhängendes System gedacht waren Dokumente der Vereinten Nationen der Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich und verwandte Gruppen zeigen dass das eine ohne dass andere nicht funktioniert die Vermarktung der digitalen ID zielt darauf ab dass jeder eine rechtliche Identität braucht um auf wesentliche Dienstleistungen zugreifen zu können doch diese Systeme sind tatsächlich eher ausschließend als einschließend das heißt also wer nicht an diesem System teilnimmt existiert für Staat und Privatwirtschaft nicht und wird vom wirtschaftlichen System ausgeschlossen Web betont dass man entweder Teil des Überwachungsstaates wird oder von allem ausgeschlossen bleibt und kommt euch das bekannt vor kommt euch das bekannt vor von allem ausgeschlossen sein Teil des Systems sein oder nicht kommt euch das irgendwie bekannt gibt es eine Zeit in den letzten drei vier Jahren wo das ähnlich schon passiert ist wo man sich schon ein bisschen daran gewohnt hat gewöhnt hat wenn man eine gewisse Sache nicht gemacht hat dass man dann ausgeschlossen ist von allen Sachen die alle anderen machen dürfen weil sie das gemacht haben komm Freunde kennt ihr das dieses System wird als inklusiv vermarktet ist aber in Wirklichkeit ausschließend also exklusiv und laut Whitney Web geben sie im Grunde genommen das System sogar schon preis wenn sie sagen dass dies die neue Bretton Woods Bewegung ist die ergriffen werden muss und ihr müsst wissen Bretton Woods entstand nach dem zweiten Weltkrieg und führte zu einem neuen Finanzverwaltungssystem den Dollarstandard den wir jetzt gerade erleben und jetzt gibt es Bemühungen ein neues Finanzsystem zu schaffen das schon lange vor einer Krise angekündigt wurde aber es braucht wahrscheinlich eine Krise oder eine große Krise von ähnlichem Ausmaß wie damals um dieses System umzusetzen und die Menschen zur breiten Akzeptanz zu bewegen Pandemie reicht nicht sagst du war da kann man nur kleine Schritte machen muss schon so weltkriegsmäßige Zustände sein so wie damals Bretton Woods quasi eine Krise auf das Level zu bewegen und zu bewegen und zu convince Menschen zu onboarden an scale und wenn Sie subscribe zu den theory that all wars sind Banker's wars which there is um plenty of evidence to support that I I would say um that seems to suggest that perhaps uh you know the this is the pre you know it's going to be a problem reaction solution type of situation where they've already made the solution they've already developed what they want to be the new financial governance system after this new Bretton Woods moment they just need some sort of big event on the scale of world war two or some large event that's you know equally disruptive in order to be like all right now it's time for a new financial governance system after this big event like they did after world war two und wenn man der Theorie von Webb glaubt dass alle Kriege Bankerkriege sind wofür es viele Beweise gibt deutet das darauf hin dass uns eine problem reaktion lösung situation bevorsteht sie haben bereits also die lösung vorbereitet ein neues finanzverwaltungssystem das nach diesem neuen Bretton Woods moment eingeführt werden soll jetzt brauchen sie laut web nur noch ein großes ereignis ähnlich wie der zweite weltkrieg um zu sagen jetzt ist die zeit für ein neues finanzverwaltungssystem interessant ist auch dass wenn die schuldenplase platzt man diese in das neue system überführen will und um das system dass man den menschen dann schmackhaft machen will richtig zu schaffen möchte natürlich so viele schulden wie möglich haben das heißt also wenn die schuldenplase dann platzt sollen im grunde genommen alle schulden gleichzeitig platzen yeah i think the thing that's so interesting about this like debt bubble exploding is that when you know that the debt bubble is going to explode and you want to explode it into the new system the way that you sort of trigger that into the right the system that you want to get the masses to go with you is you actually want to have the most debt obligations on the record like on the board so that when the system pops all all they'll all pop es wird laut web alles auf einmal passieren nicht nur in einzelnen ländern oder einzelne kleine banken und so weiter und so fort in dieser seltsamen logik will man also so viele schulden wie möglich anhäufen bevor die plase platzt um testläufe hat man ja auch schon gemacht in nigeria zum beispiel hat nicht so geil funktioniert aber testläufe gab es da auch schon dann anzubieten wir werden deine schulden beispielsweise eins zu eins bedienen wenn du diesem neuen universellen tokenisierten system beitrittst mach ein selfie und gib uns deine biometrischen daten und hier ist die lösung für dich und alles was jetzt noch gebraucht wird ist eine passende krise um das ganze abzurunden nur wird diese krise nicht angenehm sein es wird der vollständige zusammenbruch des gesamten globalen finanzsystems sein und das wird einen großen teil der weltbevölkerung treffen ehrliche alltags arbeiter peter mütter männer frauen alte menschen was meinst du mit nigeria erzähl mal die haben die cbdc ist eine cbdc festphase gemacht in nigeria hat aber nicht funktioniert also ist nicht so geil gelaufen wie sich das vorgestellt haben auf jeden fall werden völlig am boden zerstört sein während das obere ein prozent laut web alles gewinnt und wird die web glaubt dass die kommende krise genauso schlimm wenn nicht sogar schlimmer sein wird als die wirtschaftliche zerstörung des zweiten weltkriegs und nach der krise werden zentral und geschäftsbanken stolz digitale währungen einführen und die menschen drängen dem system beizutreten um alles wieder herzustellen was sie während des zusammenbruchs verloren haben allerdings werden sie nur einen bruchteil dessen zurückbekommen was sie verloren haben erinnere dich beispielsweise an die umstellung von dem mark zu euro und gleichzeitig werden sie alle ihre privatsphäre und andere rechte an die globalen interessengruppen abtreten und stell dir mal eine welt wer weiß noch damals dem mark euro will ne richtig crazy kann mich noch genau daran erinnern es gab diese euro starter kits bist du wo man dann die ersten euros hatte in seiner tüte da waren dann alle alle also jede münze war einmal vorhanden so krass der gar vor in der du nicht mehr fleisch kaufen kannst weil all deine transaktionen streng überwacht werden und entschieden wurde dass du mehr als deine zugeteilte portion fleisch in diesem zeitraum gegessen hast du gehst dann einkaufen nimmst deine waren und das kassensystem oder der kassierer erhält eine benachrichtigung dass du kein fleisch mehr kaufen darfst weil du sonst dem planeten schadest dies ist die zukunft vor der uns whitney webb und mark warnen und hier hört es leider nicht auf larry fink und andere wollen alles tokenisieren einschließlich der natürlichen welt goldman sex und es gibt so viele videos oder videoausschnitte die besagen dass larry fink besonders daran interessiert ist neuer hat einfach goldman sex gesagt hat er was rausgeschnitten es gibt so viele videos und alles tokenisieren einschließlich der natürlichen welt goldman plant noch dieses jahr drei neue tokenisierungs produkte in den usa und europa zu starten dass das kundeninteresse an crypto stark gestiegen ist goldman sex ist eine der größten investment banken weltweit was heißt denn tokenisierung von natürlichen sachen sie wollen quasi aus der natur auch tokens machen und dann damit handeln ne so also dass es quasi ein wassertoken gibt und ein baumtoken oder was auch immer und dann kann man damit quasi sowie mit aktien auch handeln das ist damit gemeint sechs und es gibt so viele videos oder videoausschnitte die besagen dass larry fink besonders daran interessiert ist neue anlageklassen zu entwickeln um im grunde genommen ihr bestehendes geschäftsmodell zu erweitern alles wird eingepreist ein vermögensverwalter wie blackrock wäre es natürlich vorteilhaft so viele natürliche vermögenswerte wie nur möglich zu kontrollieren dies würde ihnen nicht nur mehr kontrolle über das bestehende finanzsystem sondern auch über die natürliche welt geben well it seems like in larry fink's case in particular there's a goal well a big ambition there to develop new asset classes that can be used to basically fuel their existing business model and perpetuated for like i don't know millennia forward so one of these um that uh you know i i wrote i've been writing about for a few years is the whole idea of natural assets uh what they call nature's economy and nature's economy dicker die machen doch die haben doch nasch offen die haben doch nasch offen and um one of the groups that has been uh sort of propelling this forward at least one of the earlier groups the intrinsic exchange group which is the a product of the rockefeller foundation and the multilateral uh development banking system um is you know has a graphic on their website called the opportunity and they show there the existing amount of assets in in the world economy and then show what um if we unlock natural assets um how nature's economy and you know it's like six times the amount of existing assets in the economy today just wollen die die gottgegebenen dinge quasi zu geld machen dass man damit handeln kann so ne oder zu tokens machen dass man damit virtuell handeln kann alter noch verrückter wir müssen zurückkommen zu gott wir müssen zurückkommen zur natur das ist das einzige wir dürfen das ist die einzige lösung dagegen ist wenn einfach wenn wir einfach nicht mitmachen so das ist die beste lösung für diese ganze scheiße wir dürfen da nicht so krass partizipieren die wollen dass wir da so krass partizipieren weißt du wir müssen uns ein bisschen davon entkoppeln wieder und zurück zur natur kommen meiner meinung nach so und uns da irgendwie du musst nicht mal dagegen kämpfen sondern du musst einfach das machen was göttlich ist so dann bist du schon im widerstand eigentlich weißt du heutzutage wenn du ein mensch bist der versucht einfach ein guter göttlicher mensch zu sein in verbindung mit der natur zu leben dann machst du alles richtig so dann bist du schon im widerstand dann bist du schon jemand der quasi gegen diese agenda geht und das ist auch richtig so und wir müssen halt mehr leute davon überzeugen und mehr leute auf die reise mitnehmen zurück zu gott haben wir einfach ein wenig zu unlocken und take control of as many natural assets as pot as possible that aren't currently part of the financial system is obviously a way for them to perpetuate what they do and and deepen and expand their control over not just um das intelligenter wird nicht mehr das ist mit dem Partizien you know people on the existing financial system but really over the natural world as well und essentially turn everything alive into a tradable Wall Street financial product. And the goal, as Fink has stated, is to have all of this on a universal ledger on blockchain presumably and have it be trackable and surveillable, which is interesting if you look at it through the context of risk management, which is something that Larry Fink is very open as having been one of the guiding lights of his whole career. Ziel ist es laut Web, alles Lebendige in ein handelbares Finanzprodukt zu verwandeln und auf einem universellen Ledger, also auf der Blockchain, zu erfassen und zu überwachen. Und dies passt zu Larry Finks' Fokus auf Risikomanagement, wobei BlackRock's KI-System Aladin eine beispiellose Kontrolle durch Überwachung und Automatisierung ermöglichen wird. Zum Vorteil der Mächtigen wird ein neues Finanzsystem also eingeführt, das auf grüne Infrastruktur und Dekarbonisierung setzt. Das Ziel ist es, weltweit neue Infrastrukturen zu erschaffen und BlackRock positioniert sich als Hauptakteur. Was denkt ihr darüber? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. BlackRock hat ebenfalls GIP übernommen, einen großen Infrastrukturanbieter. Und einer der Führungskräfte bezeichnete die Infrastruktur kürzlich als eine der größten Investitionsmöglichkeiten der kommenden Jahrzehnte. Das heißt also, das Modell der Natural Asset Corporation erlaubt ist, natürliche Güter wie Wälder oder Seen zu identifizieren und Aktien davon auszugeben. Diese werden an Staatsfonds und Vermögensverwalter dann verkauft, wie beispielsweise an BlackRock, wodurch Geld generiert wird. Die Natur wird dabei finanzialisiert und angeblich wird das gemacht, um den Planeten zu retten. In Wirklichkeit... Um den Planeten zu retten. ... aber um Schulden zu bewältigen. Whitney und Mark warnten eindringlich vor BlackRock und Larry Finks Plänen. Und BlackRock baut ein Überwachungssystem der tokenisierten Erde mit dem Rentengeld beispielsweise der Amerikaner auf. Dies geschehe unter dem Vorwand, den Liberalen zu gefallen, während in Wirklichkeit alle Eigentumsformen mit zentralisierten Datenbanken und privater Blockchains der Wallstreetbanken verbunden würden. Was wir also sehen ist, dass in Massen bestimmte Agenten verkauft werden, aber in Wahrheit sind es Kooperationen kompromittierter Unternehmen. Das heißt, kein freier Marktkapitalismus, sondern eher Kumpanei und Kartellbildung, wie sie von Fink und seinen Wallstreet-Kollegen betrieben wird. Das Problem sind also nicht nur ihre Pläne, sondern auch die Halbwahrheiten, die sie verbreiten. Ja, die präsentieren das halt immer genauso wie Agenda 2030 so. Die versuchen das halt so rüberzubringen, als ob es positiv ist, aber im Hintergrund, also man merkt dann, dass es halt eigentlich Mafiös ist, was sie da tun. Es ist zu spät, um die Katastrophe zu verhindern. Bisschen zu teuflisch, würde ich sogar sagen. Sie diffamieren jeden. BlackRock kontrolliert neu. Mercedes sagt, ich kann das nicht mehr. Alles gut, bleib locker. Wenn es dir zu viel wird, dann schalt er ab. Komm zurück, ich weiß nicht, ob du betest oder an Gott glaubst, Digga, weißt du. Mach die Augen zu, konzentrier dich auf dein Herz, auf deine Liebe und dann wirst du merken, dass alles okay ist. Alles ist okay, wir gucken uns das an, um zu wissen, wo die Welt eventuell hingeht. Aber das heißt noch lange nicht, dass du den Kopf in den Sand stecken musst und sagen musst, ey, die Welt ist am Ende. Und wenn Leute hier gibt, die das Gefühl haben und die sich von solchen Videos in die Richtung beeinflussen lassen, dann würde ich euch raten, guckt euch sowas nicht an. Ich bete jeden Tag fünf, sechs Mal. Ich gehe in die Natur jeden Tag. Ich connecte mich barfuß, ich umarme Bäume und so einen Scheiß. Auf mich hat das nicht so einen heftigen Einfluss, dass es mich in eine negative Richtung trägt. Und ich würde jedem abraten, denen das wirklich so negativ stimmt und der dann merkt, ey, ich bin dadurch irgendwie schlechter drauf oder so, dann guckt euch sowas nicht an, sage ich dir ehrlich. 50% der Medien in den USA, der vor ihren Plänen warnt. Und das wird alles sehr, sehr wahrscheinlich auf der Blockchain und Krypto basieren. Ich weiß, es gibt viele Skeptiker in Bezug zu Bitcoin und Krypto da draußen. Und sie wollen Bitcoin und Krypto gar nicht anfassen. Doch das, was wir jetzt gerade sehen, beziehungsweise wovor Web warnt, das wird nicht in den nächsten Wochen passieren, sondern eher vielleicht in ein bis drei Jahren. Vielleicht 2026, 2027 oder vielleicht sogar 2028. Zunächst glaube ich, dass der nächste Schritt von Larry Fink und seinen Kollegen sein wird, Bitcoin und Kryptowährungen massentauglich zu machen, dass immer mehr, dass Millionen, aber Millionen von Menschen in Bitcoin und in Krypto investieren. Das heißt, wir können und wir müssen, dass keine Finanzberatung von dieser Entwicklung im Bereich Krypto profitieren. Die BlackRock jetzt unterstützt uns im Grunde genommen, finanzielle Freiheit darüber aufzubauen, solange noch Zeit ist, um uns auf das, was kommen wird, vorzubereiten. Und wenn du dir durch Krypto finanzielle Freiheit aufbauen willst, wissen willst, in welche Kryptowährungen ich investiere und mehr, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Wie Witten im Web schon gesagt hat, das Problem sind nicht nur ihre Pläne, sondern auch die Halbwahrheiten, die sie verbreiten, bis es zu spät ist. Wow. Heftig. Halbwahrheiten. Also ich fand das Video echt gut, ne? Gut zusammengefasst. Dinge auch hier dabei gewesen, die ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte auch, ne? Mit der Natur und sowas, die da vorhaben. Und diese Tokenisierung und so. Also das ist schon krass auf jeden Fall. Aber vergesst nicht, was ich gesagt habe, ne? Steck den Kopf nicht in den Sand. Es ist alles gut. Es soll alles genau so laufen, wie es läuft. Glaubt an Gott. Glaubt, dass alles einen Plan hat. Es muss so kommen. Es muss immer extremer werden. Damit die richtigen Menschen aufwachen. Und wenn eine gewisse kritische Masse aufgewacht ist, dann können die eh nicht weitermachen. Also bleibt entspannt. Bleibt cool. Bleibt in der Liebe. Bleibt göttlich. Und alles wird gut. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Peace out. Love, Gang.